Das ist gemischt mit Aluminium-Ulker, reines Aluminium. Nun hat Aluminium, wie Sie auch das Spannungsweil gesehen haben, eine größere Abilität mit dem Sauerstoff verbinden als Eisen. Sie brauchen auch eine gewisse Energie, damit so eine Reaktion stattgeht. Das kann man machen, indem man zum Beispiel mit einer Unterkürze an einem Punkt diese Missung entzündet. Was passiert dann? Dann reagiert das Aluminium mit dem Eisenoxid zu Aluminiumoxid, was in der Technik als Schlagge bezeichnet wird. Und Eisen. Es gibt also metallisches Eisen. Bei dieser Reaktion wird dermaßen viel Energie feiert. Das ist auch der Grund, warum ich Ihnen gesagt habe, Sie sollten das Aluminium eigentlich nicht ohne Not einfach so zum Verpacken verrichten, wenn es sich vermeiden lässt. Beim Aluminium, um Aluminiummetall zu gewinnen, brauchen Sie wahnsinnig viel Energie. Diese Energie ist dann im Aluminium jetzt gespeichert. Und diese Energie wird natürlich feiert, wenn es oxidiert. Und da wird so viel Energie feiert, dass das Eisen, das metallische Eisen, das entsteht, flüssig anfällt. Und das mache ich hier in diesem Trichter. Das Trichter hat ein Loch, es ist ein Trichter. Das Loch habe ich verstocken mit einer Aluminiumfolie. Da drinnen wird es rohlen. Flüssiges Eisen hat eine sehr hohe Temperatur. Und es wird nach unserer Zeit natürlich unten das Loch durchgeschmolzen sein. Und dann werden Sie hierfür sagen, hoffe ich noch, flüssiges Eisen runterfließen sehen. Weißgrühend. Ich habe damit meine Auffangvorrichtung vorbereitet. Da ich nicht ausfließen kann, dass grühende Eisenzüge ausspritzen können, habe ich diesen Auffangstück getrieben. Gut, ich möchte es ein bisschen. So. Da meine ich etwas drunter, damit Sie das grühende Eisen auch sehen. Jetzt nehme ich diese Kuntokatza. Kennen Sie alle. Sie wissen auch, die Farbe der Wunderkerze. Wenn sie brennt, sind sie nicht. Hellglühend, weißglühend. Das heißt, Sie können einfach von der Farbe schon schließen, dass die Sache doch sehr heiß sein muss. So. Dass ich auch sicher starten kann. Und damit nach oben nichts rausfällt, decke ich Sachen ab. Jetzt sollte ich meine Schwierigkeiten mit dem Hausmeister kann. Jetzt muss ich schauen, ob ich diese Wunderkerze treffe. Ja. Ja. Sie sehen, wir haben flüssiges Eis und gewonnen, ohne irgendwelche Ernährung. Dieser Verfahren wird tatsächlich heute noch verwendet, und zwar einfach um Schienen.